Willkommen, willkommen zu Starbound mit mir, Peterbuss von CreedDee und einem der letzten Gegner, soviel ich das weiß. Diesmal habe ich mich ein bisschen vorbereitet und habe direkt eine Falle gebaut, in der ich hoffentlich das Ganze hier machen kann. Wir stellen hier auf eine Erdnussbutterfalle. Im Zweifelsfall bin ich wenigstens geschützt hier drin. Da oben komme ich wieder raus notfalls. Und, ähm, ah, okay, ich kann es offensichtlich in dem geschlossenen Raum nicht, ähm, öffnen. Dann machen wir doch mal folgendes. Hm. Nein, immer noch nicht. Oh, wow, oh Gott. Oh Gott, ähm, what the actual fuck. Oh mein Gott. Das ist ganz klar eine Spongebob-Schwammkopf-Referenz. Dass wir gerade mit Erdnussbutter dieses riesige, riesige, fliegende Quallending angelockt haben. Das kann nur Spongebob bedeuten. Ha. Okay. Wie viel hältst du denn aus, du Ding? Wahrscheinlich wahnsinnig viel. Erwische ich dich vielleicht mit Narcamsa? Oh ja, schön. Das hier dürfte schneller gehen als der verdammte Drache. Oh Gott, die Dinger explodieren. Garantiert explodieren die. Oder es sind Minen oder so. Nein, explodieren. Aber machen wenig Schaden. Ich habe eine komplette Dura-Stahl-Ausrüstung vom dunklen Ritter. Aber ich meine das... Ah, oh Gott, nein. Kleines Auge. Gut, du hängst da fest. Auch wenn meine... Wenn meine Verteidigung nicht darauf ausgelegt war, was ich hier gebaut habe, dann entsprechend so zu funktionieren. Aber es funktioniert offensichtlich. Das war nicht geplant. Aber nicht geplant und trotzdem Erfolg. Das lobe ich mir. So. Sie kann sich ja verteidigen, mehr oder weniger. Ich hoffe, sie beschwört nicht noch mehr von diesen Kleinen. Ah, das ist echt toll. Nein, was tue ich denn? Oh Gott. Das kommt davon, wenn man sich zu sicher fühlt. Dann fällt man plötzlich raus. Und da ist unser... Endomorphic... Jelly. See ya! Und dir lege ich mich nicht nochmal an. Am Ende gehe ich jetzt noch drauf. Das wäre irgendwie ganz, ganz furchtbar grauenhaft. Survival System haben wir mittlerweile. Wir brauchen... Wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen, wir brauchen... Gibt es das überhaupt hier? Das... Ja. Dura Steel Tech Upgrade. Da brauchen wir noch ein paar Dura Steel Barren. Das ist gar kein Problem. Dafür haben wir alles, was wir brauchen. Da brauchen wir mal so 20 noch. Gerade einfach, weil wir können... So, wo ist es? Dura. Nein. Heißt das nicht irgendwas mit Dura? Habe ich mich da jetzt gerade so getäuscht? Oder bin ich einfach nur in der falschen Maschine mal wieder? Falsche Maschine. Das müsste jetzt irgendwie Dura Steel Tech Upgrade sein. Das hier Temporary steht wahrscheinlich für die Ausführung. Oder ich muss es tatsächlich immer wieder machen. Und das öffnet mir nur kurzfristig. Okay. So, wir können wieder weiter und dafür schmeißen wir mal eine ganze Menge Kohle in den Ofen. Und gehen hier raus aus der Galaxie. Hier war ich noch überhaupt nicht. Da bin ich überhaupt nicht hin. Das, wir überspringen das jetzt hier direkt. Mensch. Knallhart. Graslands Desert. Perfekt. Es gibt nichts besseres als ein... Wüstenplanet. Ganz genau. Das war das Wort, was ich gerade suchte. Um Ressourcen zu sammeln. Es gibt nichts besseres. Ich werde auch gleich demonstrieren, weshalb das so ist, während ich hier durchgehe und schaue, ob hier irgendwas Neues dazugekommen ist. Egesalt Tech Upgrade. Das ist das nächste, was wir brauchen. Und da brauchen wir nichts mehr für. Wir müssen keinen Boss dafür töten. Wir brauchen nur Egesalt. Okay. Wäre jetzt natürlich interessant. Creature Capture Station. Haben wir schon. Uh, Lancers Grievous. Oh, hier geht es nochmal richtig rund mit Rüstung. Wie sieht es mit Waffen aus? Nicht an der Robotics Station. Die haben wir jetzt hier, nämlich. Was ist denn dieses Hunting Knife immer ganz oben? Ein Microchip hier, den Protector. Das ist doch eindeutig unser Ziel. Nein, gar nicht. Das hier. Nein. Wo ist denn das Zweihandschwert? Hier. Der Defender. Sehr schön. Was gibt es hier Neues? Die Waffen, selbstverständlich. Robotic Consistent. Das ist alles alt, alt, alt. Alt, alt, alt. Nano, Hightech. Egesalt. Okay, das ist jetzt einfach dieses typische Zeug. Platinum Helm. Oh, ist der besser als das, was ich anhabe? Jetzt muss ich da direkt mal überprüfen, ob das tatsächlich eventuell so ist. Und ja, abgesehen vom Kälteschutz her, ist meine Rüstung schon noch besser. Also Platin lohnt sich jetzt an dieser Stelle nicht wirklich. Okay, dann schauen wir doch mal gerade halbtot auf den Planeten. Walk to Planet. Was ist denn hier? Was erwartet? Eine Truhe. Mit einer Ocarina. Cool. Muss was mit Flöte, oder? Wir haben auch schon den Diamantrill. Und da vorne ist auch direkt Egesalt. Bist du böse, oder nicht? Nicht böse. Ganz viel Egesalt. Uh. Traum ist das. Ihr seht, weshalb es sich lohnt, auf Sandplaneten zu gehen, auf Wüstenplaneten. Weil hier, spätestens hier lohnt es sich vollkommen. Man haut den Sand nur so ein bisschen an. Und das Zeug fliegt einem quasi völlig ohne Aufwand entgegen. Und man kann sich hier durchsammeln. Irgendwie bekloppt. Alles, was es hier gibt. Daher absoluter Tipp. Wenn ihr Ressourcen braucht, geht auf Wüstenplaneten. Wüstenplaneten sind eure Freunde. Ähm, Eisplaneten sind ähnlich gut. Das Problem bei Eisplaneten ist, dass man da sehr, sehr schnell Kälteprobleme bekommt. Ich war vorhin auf einem Wüstenplaneten. Da wurde es dann unten drin ein wenig arg kalt. Weil ich dann plötzlich auf Eis stieß, unter der Planetenoberfläche. Also sehr tief drin, so Richtung Planetenkern. Das war dann selbstverständlich nicht so praktisch. Aber ihr seht hier, Diamant einfach so lose im Sand. Ups. Du bist bestimmt auch lose. Oh, wow. Aber gut, ich war auch nicht voll. Schauen wir mal. Äh, gerade wie das aussieht. Wenn ich volle Leben habe. Um die Pixel mache ich mir jetzt mittlerweile nicht mehr so wirklich Gedanken. Weil ich kann mir im Grunde genommen alles, ähm, in die Raffinerie werfen. Und weil ich nicht darauf angewiesen bin, das noch zu besitzen. Und dementsprechend kann ich einfach loslegen. Äh, Wüstenplaneten sind nicht unbedingt besser ausgestattet. Aber es ist schlicht und ergreifend einfacher, an das Zeug heranzukommen. Das ist, ähm, der große Vorteil an Wüstenplaneten. Okay, was haben wir hier? Nehmen wir... 229 DPS. Ich werde bekloppt. Das nehmen wir. Dermaßen nehmen wir das. So, hier habe ich jetzt gerade zum Beispiel einen Fehler gemacht. Ich habe direkt reingedrillt, statt einfach daneben, um den Sand zu lösen. Aber Fehler. Ich meine, es geht immer noch wahnsinnig schnell. Vor allen Dingen gerade mit dem Bohrer ist es einfach ein Traum. Ich würde ganz gerne mal wieder... Oh, jetzt können wir gleich mal ausprobieren hier. Komm. Oh, das Ding ist auch noch schnell ist das auch noch. Okay, die halten wahnsinnig viel aus. Gott sei Dank war das gerade in dieser Truhe drin. Andernfalls wäre das hier wahrscheinlich recht witzlos herumzurennen. Oh, wow. Diamant nehme ich deshalb mit, weil es immer noch den größten Pixel-Output hat in der Raffinerie. Ich weiß nicht genau, ob wir es überhaupt noch jemals wieder brauchen für was anderes, außer uns zu raffinieren. Also ich finde das erstaunlich. Am Anfang hat man unheimliche Pixel-Probleme. Später ist man da eigentlich nur in der Warteschleife, bis die ganzen Pixel-Dinger durchraffineriert sind. Raffiniert sind? Raffiniert. Raffineriert, ja. Sonst geht es dir noch gut heute. So. Oh, schau, einer. Guck. Es ist zwar nur Silber, aber das macht nichts. Das sind immer noch 50 Pixel pro Stück. So, das ist ein bisschen mehr. Und da kann man sich hier einfach so durchwühlen. Und das geht vor allen Dingen auch schon mit den Spitzsachen. Das heißt, gerade am Anfang spart man sich unheimlich viel Arbeit, wenn man das schlicht und ergreifend auf Sandplaneten erledigt. Weil das geht schon mit der ganz normalen Kupferspitzsacke. Mit der Steinspitzsacke sogar geht das schon so schnell, wenn man in so Sanddinger reinfällt. In so Dünen unterirdisch. Kann man einfach mitnehmen. So. Der nächste Rad, den ich auf jeden Fall habe, das habe ich schon in der letzten Folge gesagt, weil die war sehr lang. Und dementsprechend kann ich nicht sicher sein, dass man die als ratgebende Folge erkennen kann. Wenn ich jetzt hier wirklich Bergbau betreiben wollen würde, weil ich unbedingt Ressourcen sammeln will. Und ich grabe mich ganz, ganz weit vor. Und ich habe keine Ahnung, wie ich wieder nach oben kommen soll. Ganz einfach im Augenblick zumindest gilt es noch. Und ich nehme an, das wird auch eine ganze Weile noch so sein, weil es nicht so wirklich ein Exploit ist. Man kann einfach das Spiel speichern. Und verlassen. Ähm, dann spawnt man, wenn man sich wieder einloggt, auf seinem Schiff. Hat alles, was man unten hatte. Ist vollkommen sicher wieder rausgekommen. Kann in aller Ruhe reggen, wenn man irgendwie beschädigt war. Äh, kann sich um sein Inventar kümmern in der Zwischenzeit, während, ähm, man auf seinem Bettchen schläft. Und ihr seht, wie mir hier die ganzen Sachen einfach wirklich in die Hände fallen, während ich hier nur so von links nach rechts gehe. Klar, das ist jetzt hier Kupfer und Kohle und was. Aber da ist halt auch wirklich wertvolles Zeug dazwischen. Später werden wir noch ein bisschen tiefer kommen. Dann gibt's garantiert auch, ähm, noch mehr Kram, wie zum Beispiel, äh, und immer unten drunter gegraben. Dann bricht der Boden weg und dann fällt das einfach alles. Wie Christbaumschmuck nach Weihnachten. Äh, wenn das so einfach wäre. Ne, leider nicht. So. Wir sammeln jetzt gerade einfach mal ein bisschen Aegis halt. Und reden darüber, was ich gelernt habe in, äh, Starbound. Was ich noch nicht hingekriegt hab, ist, äh, ich kann kein Viech machen. Sprechen wir mal ganz kurz über die Reihenfolge der Bosse, mit denen man zu tun hat. Das Erste, was man bekommt, ist das Pinguin-Raumschiff. Was ich persönlich für das Schwierigste halte. Man sollte in jedem Fall immer die beste Rüstung haben, die man zu dem Zeitpunkt bauen kann. Ähm, bevor man sich mit dem Endboss anlegt. Es gibt so Tipps, dass man 300.000 Bandagen haben sollte, etc. pp. Ich persönlich bin ein Freund von, ähm, einfach eine kleine Basis bauen, dort wo man kämpfen wird. Und auf gar keinen Fall auf dem Heimatplaneten, wo man seine eigene Basis hat. Die wird nämlich zumindest von dem Pinguin definitiv zerstört. Wenn man sich versucht, da drinnen zu verstecken. Ähm. Man kann einfach immer ein Bett dabei haben und, äh, im Bosskampf völlig problemlos einfach hergehen und sagen, hey, okay. Ich mach mal kurz eine Pause und leg mich mal hier hin. Man kann selbstverständlich auch sein Schiff porten und das dort tun. Ähm. Ähm, find ich aber wenig komfortabel. Ich halte das irgendwie für sicherer, das direkt unter dem Boss zu tun. Ähm. Ähm, also angefangen mit dem Pinguin-Raumschiff. Das Pinguin-Raumschiff kommt halt, äh, mit ein paar Ads, dass es spawnen wird, ähm, um sich herum, um einen zu vernichten. Man sollte sich eingraben, also, äh, wer ein Beispiel dafür haben will, der möge einfach in meine entsprechende Folge Pinguin aus dem All schauen. Ähm, da kriegt man es halbwegs demonstriert. Ich sag nicht, dass es der beste Weg ist, das zu tun, aber es ist ein Weg, der definitiv ganz wunderbar funktioniert. Und bei dem man sich auch nicht wirklich groß oder viele Gedanken machen muss. Ähm. Ist ziemlich sicher. Äh, der nächste Boss, der nach den Pinguinen kommt, da muss ich gerade überlegen, wer das doch gleich war. Man hat die Pinguine. Was kommt nach den Pinguinen? Mein Gott. So lange ist es noch gar nicht her. Achso, der Roboter, genau. Nach dem Pinguinen baut man den Roboter. Ähm. Der war erstaunlich einfach zu besiegen im Augenblick noch. Ähm. Auch da kann ich natürlich einfach nur das Video dazu empfehlen. Ähm. Von mir. Aber die Quintessenz ist, man baut einen Durchgang, wo man selber durchgehen kann. Und, ähm, macht den nach oben hin und in die Richtung, in der man den, äh, Roboter spawnen wird, äh, zu. Also, so, dass man quasi selber noch durchlaufen kann. Also, äh, sozusagen so ein kleiner Tunnel. Und, äh, dann stellt man sich einfach in den besagten Tunnel hinein. Und, ähm, der Roboter ist zu groß, um ein vier, vier Felder hohes, ähm, Tunnelding zu durchlaufen. Und bei mir hat er auch nicht versucht, darüber hinaus dann noch anzugreifen. Er ist einfach dagegen gelaufen und hat sich von mir töten lassen. Ich weiß nicht genau, vielleicht, äh, war es auch der Fall. Ich mache das dann immer mit dem Bogen, sofern es mir möglich ist. Weil das natürlich nochmal deutlich sicherer ist, als im Nahkampf, ähm, Distanz zu kommen. Allerdings dauert das natürlich viel, viel länger. Ähm. Nach dem, äh, Roboter kommt, ähm, was kommt nach dem Roboter? Ich bin nicht ganz sicher, ob das der Drache ist. Ist das der Drachen? Ähm. Wir haben den Roboter, nö, 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 nö. Ja, doch, ich glaube, nach dem Roboter kommt der Drachen. Der Drachen war ätzend. Einfach nur, weil der Drachen unheimlich viel Leben hat. Äh, auch der, also nach dem Pinguin-Raumschiff bisher jedenfalls. Äh, ich weiß nicht, ob ich schon jeden Boss tatsächlich gesehen habe, ob jetzt wirklich keine mehr kommen. Das ist nur eine Vermutung von mir. Ähm, nach dem, nach dem Pinguin-Raumschiff scheint kein Boss mehr dazu in der Lage zu sein, äh, alles, was aus Erde besteht, tatsächlich auch zu zerstören. Wie es jetzt mit Sand, Sand aussieht, leichtem Sand, kann ich nicht beurteilen. Möglicherweise geht das, aber wenn man sich ein bisschen in irgendwas Solideres einpackt, dann, äh, haben die normalen Bosse einfach gar keine Chance mehr, da durchzukommen. Ähm, und man kann sich ein kleines Löchlein öffnen und dann einfach, äh, aus der Sicherheit dieses Lochs heraus, ähm, in aller Seelenruhe den Boss zerstören. Ähm, was grundsätzlich gilt, ist, man sollte sich nicht zu lange auf den einzelnen Tag-Stufen aufhalten, also wenn man in die Lage kommt, den nächsten Boss zu rufen, nach dem Drachen kommt, äh, dann dieses komische Jelly-Auge. Ähm, was wir gerade eben gesehen hatten und da habt ihr auch gesehen, wie es funktioniert oder wie man es machen kann. Ähm, und man sollte sich nicht allzu lange auf den Tag-Stufen aufhalten, weil es einfach nichts bringt. Man kommt nicht vorwärts, man, äh, braucht ohnehin von fast nicht, von fast nichts viel sammeln. Sinnvoll ist es, sobald man die Diamant, ähm, äh, Spitzhacke fertig hat, dennoch dafür zu sorgen, dass man von jedem Edelmetall, äh, bis hin zu Diamant noch 20 Barren übrig hat, denn das ist der Preis, den man für die, ähm, für diesen Bohrer hier zahlen muss. Danach braucht man für Rüstung halt, äh, auch noch was, aber sobald man den Bohrer hat, ganz ehrlich, ähm, kann man auch, um zum Diamantbohrer zu kommen, einfach mal alles einschmelzen in der Raffinerie und, äh, dann schlicht und ergreifend mit den vorhandenen, ähm, Entschuldigung, manchmal verwirre ich mich selbst, mit den vorhandenen Bohrern kann man einfach so schnell in, in dem wüsten Planeten die Ressourcen nachsammeln, dass sich das im Grunde genommen nicht lohnt, danach noch großartig, äh, zu sparen. Na, ihr seht, selbst hier durch den, durch den Stein geht das im Grunde genommen sehr schnell. Deutlich schneller als mit der Spitzhacke, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht so genau, ob ich die jetzt noch brauche in Zukunft. Ich hatte verwirrendes im Forum gelesen, dass, wie gesagt, das eine schneller sei als das andere, aber es lohnt sich. Versucht so schnell wie möglich zu den, äh, Drills zu kommen. Das Spiel gewinnt einfach sehr viel dazu, weil dann plötzlich auch das Graben unheimlich viel Spaß macht und nicht mehr so, äh, zeitintensiv aussieht. Oh, ich hab Uranium gefunden, das erste Mal, eine riesige Diamantenader. Uranium ist, ähm, wohl etwas, was man auch als Treibstoff hernehmen kann, so wie Kohle. So wie ich das verstanden hatte, soll minimal effizienter sein, lohnt sich wohl nicht wirklich. Aber auch da, äh, geht probieren über studieren. So viel ist doch mal ganz klar. Meine Güte, ich werde reich. Jede von dieser Diamanten, äh, Erzen ist 100 Pixel wert. Und ich werde gerade echt richtig, richtig böse reich. Ich mach die Folge heute mal nicht so lang. Ich denke, ich hab ziemlich, oder das, was mir als nützlichstes aus meinen bisherigen Spielstunden, und ich bin jetzt mittlerweile bei 63 Stunden in Starbound, ähm, ähm, das ist das, was ich überaus nützlich mitgenommen hab. Ähm, was Essen angeht, also diese, diese Selbstversorgung, weil man hat ja immer mal wieder Hunger zwischendrin. Ähm, einfach ein bisschen ein paar Gärten anlegen von vornherein. Mittlerweile kann man auch Bäume pflanzen, also Holz ist auch gar kein Problem mehr zu bekommen. Ähm, die anfänglichen Schwierigkeiten, die man in dem Spiel hat, sind tatsächlich anfänglich. Später wird alles besser, schneller, effizienter. Und auch das Sterben ist dann nicht mehr ganz so wild, weil man nicht seine kompletten Reichtümer verliert. Allerdings, wenn man sich, wie gesagt, daran hält, dass man in, ähm, Wüstenplaneten am Anfang abbaut, dann hat man sowieso kaum Sorgen, äh, was die Ressourcen angeht. Auch von vornherein nicht. Ich meine, man sieht's hier gerade, es ist alles voll und das ist ein später Planet. Ähm, es ändern sich einfach nur die Ressourcen. Äh, das ist auch auf jüngeren Planeten so. Auf welchen mit einem geringeren Security Level. Was man immer dabei haben sollte, ist eine Fackel, ein Bett. Ähm, sobald man sie bauen kann, diese Laterne, ich find die so wahnsinnig sinnvoll. Immer ein paar Kupfer-Erze dabei haben, um die Sachen wieder zu reparieren, weil sonst, äh, nimmt die Effizienz davon extremst spürbar ab. Ähm, ich hätte jetzt gleich mal richtig Sakrileg begehen und einfach mit dem, was ich bisher gesammelt hab, hier wieder rausgehen, ohne alles mitzunehmen, was hier gerade drumherum ist. Weil offensichtlich gibt's jetzt von allem mehr als genug. Und ich demonstriere, gut, da kann das Spiel halt eben Beta und so auch mal durchaus abschmieren, während man das versucht. Aber das macht nichts, es speichert dennoch. Also selbst wenn danach ein, ähm, Exceptional Error Access Violation, wie jetzt bei mir gerade kommt, ähm, das ist nicht, das ist nicht das Ende vom Lead in diesem Fall, das ist nicht ganz so wild. Ähm, das geht dennoch weiter und man kann das Spiel wieder starten. Der Speicherstand ist Gott sei Dank vor dem Absturz gesichert. Ich hatte das vorhin, dass, ähm, nachdem ich in einem abstürzenden Speicherstand war, das Spiel fünf, sechs, sieben Mal hintereinander abgestürzt ist, bis ich wieder reinkam. Ähm, das macht nichts, also der, der Speicherstand ist definitiv nicht beschädigt. So, jetzt sehen wir mal, ob ich hier diese Aggies halt-Dinger... Ach was, es ist auch wieder 2 zu 1, das ist natürlich ein Traum. Uranium. Äh, gute... Uff, ja, das, das haut, das haut rein. Das, das nehmen wir doch, das nehmen wir doch mal in aller Seelenruhe hier. Das sind jetzt einfach mal, ähm, 17.000. 80, nein, 1780, nein. 178 mal 100. Doch, es ist 17.000. Müssten da rauskommen. 17.000 Pixel, die ich da, äh, quasi mit mir herumtrage. Ich empfehle auch, einfach nicht umwandeln, bis man es braucht. Ähm, man kann es in der Raffinerie liegen lassen, aber, ähm, sobald man von der Raffinerie seine Pixel bezieht, einfach nicht mehr, äh, holen. Es sei denn, man braucht gerade unbedingt irgendwas und muss etwas herstellen, ähm, dann sollte man es einfach umwandeln, ungefähr den Betrag, den man braucht, weil dann sterben gar kein Problem. Man muss sich nicht mit dieser komischen Konversionsrate von dem, ähm, Kompressor hier befassen. Und all diese Sachen fallen dann einfach schlicht und ergreifend weg. Ich wollte jetzt gerade noch sehen, ähm, wie ich hier mit meinen Rüstungen hinkomme. EG-Saltbar, dann, jetzt habe ich die Hälfte genommen. Verdammt nochmal. Na gut, jetzt habe ich alle. Äh, ähm, zu den Tasten auch noch, das habe ich in der ersten Folge nicht erwähnt. Shift-Links-Klick bewegt die, den ganzen Stapel von einem Fenster ins nächste, je nachdem, was gerade offen ist. So, fangen wir an. Brauchen wir das Schwert jetzt überhaupt noch? 143. Ne, das Ding hier ist deutlich besser, brauchen wir überhaupt nicht mehr zu bauen. Angenehm. Hier ist das eh nicht drinne. Da schauen wir jetzt. Und da bauen wir uns direkt diese komplette Rüstung hier. Ähm, immer anfangen mit dem Helm und der Brustplatte, weil die am teuersten sind, was die Ressourcen angeht. Und so hat man relativ fix ein komplett neues Rüstungsset zusammen. Ähm, später geht das natürlich noch viel, viel schneller, ähm, als anfänglich. Aber das ist alles gar kein Problem. Was mache ich denn hier gerade? So, dann schmeiße ich das jetzt mal gerade weg. Das brauche ich sowieso nicht mehr. Und schon bin ich um einiges stärker und viel besser gerüstet. Und ich sehe ein bisschen aus wie, äh, Master Chief. Wahrscheinlich sehe ich komplett so aus, wenn ich den Helm, wenn ich meine Krone mal ablege. Aber ich werde niemals meine Krone ablegen. Die habe ich mir bitterbös härtestens erkämpft mit dem Bro Crusher. Und wo sind denn jetzt die? Da sind sie hin. Ja, äh, wie immer vielen Dank fürs Zuschauen. Wem es gefallen hat, like da lassen. Wer was zu sagen hat, kommentieren. Wer es noch nicht getan hat, abonnieren. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ich herausgefunden habe, was für ein Boss da kommt. Und dann beschäftigen wir uns vielleicht auch einfach mal mit so ganz grundlegenden Sachen wie, ähm, meiner Basis. Die könnte ich auch mal ausbauen. All solche Faxen. Ähm, wenn man einmal ausgerüstet ist und in aller Ruhe machen kann, was man will. Ich will jetzt einfach mal durchziehen. Ich will jetzt mal die ganzen Textstufen sehen, bevor wir wieder den nächsten Vibe haben, was in der Beta natürlich passieren kann. Dementsprechend, äh, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr euch auch. Und, äh, wir sehen uns dann. Macht's gut. Und, äh, wir sehen uns dann.